Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von HellPie und wir machen weiter mit dem nächsten Abschnitt, nämlich mit dem Schnapsbrenner hier. Was für ein angenehmer Zufall, zwei junge, kräftige Kerle wie euch hier zu treffen. Ich habe ein Problem, bei dem ihr mir helfen müsst. Jemand Wichtiges wie ich muss normalerweise nicht um Gefallen bitten. Aber im Moment habe ich keine andere Wahl. Meine Insel wurde von diesen Reptiloiden-Plagegeistern überrannt. Die essen meinen Bubberts. Vermutlich, äh, der Schnaps hier. Helft mir, seh Lust zu werden. Springt eine fette Blutung für euch raus. Ja, Level betreten. Ausgezeichnet, ich bringe euch hin. Und jetzt müsst ihr ganz stark sein, denn ein Teil von dem Level habe ich schon gespielt. Äh, und ja, dann ist mir aufgefallen, dass der Tod nicht funktioniert. Ja. Schatz mal, wo wir hier sind. Ja, äh. Ich glaube, der hat uns da ein bisschen was zu trinken gegeben und, äh, hat es immer auf dem Trip. Ja. Irgendwie sehr schräg. Okay. Na du, was los? Hey, Freunde, ihr seid hier. Gut. Junge, ihr seht täglich aus. Habt ihr auf die Möcke hierhin geballert? Ich glaube, wir alle. Macht Sinn, der Weg nach oben könnte hässlich werden. Denkt dran, wir sind hier, um mein Eigentum wieder in Besitz zu nehmen. Alle anderen sind unbefugt hier. Und wie geht man mit Unbefugten um? Richtig. Man überzeugt sich zu gehen. Mit einer Schrotflinte. Wir sollten irgendwann eine rumlegen. Einfach die Augen offen halten. Na, da haben wir ja eine. Okay. Okay. Wir müssen hier erstmal diesen Motorhütter starten. Und da kommt dann auch schon der erste Gegner. So. Brauchen die erstmal nicht. Wobei. Ich glaube, für das können wir es mal ganz kurz nutzen. Aber damit man hier rüberspringen kann. Dürfen wir die Schrotflinte nicht dabei haben. Am allerersten Durchgang. Sagt's. Scheiße. Jetzt komme ich nicht mehr rauf, ne? Am allerersten Durchgang. Habe ich es halt mit der Schrotflinte immer wieder mal probiert. Und das hat einfach nicht funktioniert. Bis ich es halt dann halt mal ohne probiert habe. Okay. Auf Express hier runter. Ups. So. So. Kann man auch so platt machen. Da unten hat es übrigens ein Collectible. Wenn man das zum ersten Mal spielt. Also beziehungsweise ein Power-Up. So. Wollen wir das nochmal? So. Ich weiß, dass es geht. Okay. Dann muss es nur wieder runterkommen. Na, komm schon. Sehr gut. Und dann gerade ab auf die nächste Insel. Nice. So. Nicht verkacken. Naja, eigentlich. Können wir auch so da hin jumpen. Ups. Mein Sinn. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich sage, dass ich die lästigen Eidics für immer loswerden will, oder? Gut, denn sobald ihr da oben seid, habt ihr keine Gelegenheit mehr nachzudenken. Diese reptiloiden Nervensägen sind halt wie eine Feldhauwitze. Ihr werdet nicht so glücklich sein, dass hier die kleine Barti von euch gecrasht wird. Verpasst ihr mal einen guten Haarschnitt und eine Gesichtshopie? Alles klar. Oh, hier schaut es ein bisschen wild aus. Wahnsinn. Okay, die haben die Einwohner hier einfach mal abwackelt. Okay. Wow. Ah, hier ist eine Aussichtsplattform. Man sieht aber nicht sehr viel Interessantes. Geronimo! Oh ja, kommt's her. Ah! Das ist er. So. Ah. Wo ist das ein Healer? Yes, das ist er! Nice. Ah, ich glaube, ohne ist noch mal ein bisschen besser dran. So. Mal kaputt machen. Und Checkpoint. Nein! Oh, gerade noch mal retten können. Das wäre sonst wieder ein Fail gewesen. Oh, ist da hinten was? Ne. So, komm runter. Das da hinten sieht aus wie ein Pimmel. Wollte ich nur mal gesagt haben. Okay. Yes! Wenn man schnell ist, dann geht's in den Einzug. Okay. Wollen wir uns auf das hier nicht verkacken? Nein, nein, nein! Nein! Ja. Das war's. Tschüss! So. Einmal noch. Im schlimmsten Fall falle ich halt runter, aber mache halt noch eine Attacke zeitgleich. Nein! Komm, wieder runter. Komm, wieder her. Komm, wieder her. Komm, das kann ich nicht schaffen. Komm her. Bitte! Nein! Oh, Mann! Okay. Einmal noch, aber wenigstens ist es jetzt aktiviert. Ah, wenn wir da irgendwie ein geileres Outfit finden. So, komm runter, bitte. Die Musik ist viel zu fröhlich für das Setting. Ah, so cute, der kleine Mann. Ah, ich mag ihn. So, unser Engel mit Bohrradanzug. Ah, wenn wir da irgendwie ein geileres Outfit finden, müssen wir ihm definitiv noch was anderes geben. Gehen wir nochmal Kleider shoppen. Am besten nochmal in der Startwelt, wo die ganzen Türen sind. Da müssen wir dann eh wieder einmal hin. Ah, nächster Checkpoint. Hä? Okay. Er ist nochmal verbarrikadiert. Regenbogen-Rutsche! Wow, da geht es tief runter. Okay. Ach, das ist jetzt schon repariert. Okay. Es war halt so, dass hier eine Schnapsbrennerei ist und die war kaputt. Und dann musst du ja immer Einzelteile finden. Ein Teil war da oben. Ein Teil ist gerade da vorne gelegen. Und das dritte Teil war auf der Insel oben. Also war nicht allzu spannend, was man da gesehen hat. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen gerade direkt weiter. Weil er hat quasi, nachdem die Brennerei wieder aktiv war, dieses Förderband hier aktiviert. Und da bin ich dann auch stehen geblieben. Okay. Schauen wir es mal. Schaut, dass man die Nervis nicht wie so ein Full-Reset machen kann. Ich würde sagen, dass das wie beim ersten Mal ist. So. Den werden wir jetzt gleich beschossen. Von dem Typen da. Na, komm. Nice. So, dann gehen wir hier mit dem nächsten Mal wieder mit. So, jetzt einfach nur jumpen. Das schaffe ich. So, einmal aufmachen. Komm. Schieß. Nice. Sehr gut. Checkpoint. Und Waffe nochmal. Okay, aber diesmal muss ich die Waffe mitnehmen. Nein. Nein. Ah, sag mal. Oh. Sehr gut. Und das gleiche gerade nochmal. So. Nice. Mein Sinn. Und da vorne habe ich dann aufgehört mit der Aufnahme. Weil ich da eh auch über der Zeit gewesen bin. Und dann habe ich das mit dem Ton gesehen. Ah, das war Festfreude. Das mit dem Waldommerspiel. Und das hier. Ah, ärgert mich. Ich habe mir nur überlegt, ob ich die Folgen nicht doch verwende, aber halt mit Musik als Hintergrund, aber. Das ist irgendwie kacke. Also, lieber mit tun. Ähm. Komm, schieß. Oh, nice. Oh, scheiße. Schießen und hüpfen. Komm, ich schaffe das. Nein. Wow, 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 wow. Wow, das war jetzt fies. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Das war so. Nein. Das war so knapp davor. Ja, natürlich jetzt ab hier. Mann. Okay. Komm, schieß zwar. Wow. Nicht mit mir. Ich habe jetzt gerade mein Herz wieder mit. Komm, mach rechtsklick. So. Sehr gut. So. Alle guten Dinge sind zwei, ne? Ah. Das ist jetzt schon weg. Danke, Spiel. Spielen. Spielen. Ich werde es nur noch auf die Plattform schaffen. Wo heute schaffst du? Ah, Gott sei Dank. Das sind eine Menge Sicherheitsverstöße. Normalerweise würde ich den Boden mit meinem ehemaligen Sicherheitschef aufwischen. Aber wenigstens ist das schon mal erledigt. Wo wir beim Umdinge kümmern sind. Hinter dem letzten Aufzug da ist meine Hütte. Das Teil ist wahrscheinlich überrannt von klubschalligen Reptilien. Aber keine Sorge, da oben liegt eine kleine Überraschung für dich. Der hat hoffentlich eine Zutat. Ah, da darf ich nicht mit Waffe rauf, ne? Äh, komm. Ich will mal da rauf. Nein. Okay, machen wir es so. Okay. Warten wir es so. Und sein Anwesen. What the fuck? Maschinenquär. Okay, lasst euch nicht schlumpen, was? Ich wünsche dir, mehr meiner Mitarbeiter würden diese Art von Egogemen zeigen. Wir sind fast da. Oben auf dem Hügel ist die Villa. Und da hat er die Menge schwanzwedender Schuppenlutschen-Eindringlinge. Seid ihr bereit für den Endspurt? Das wird heftig. Oh ja. Ist ja das echt. Mitarbeiter des Monats Einstellungen. Okay. Das Teil will ich hier auf. Hahaha. Ja. Das geht auch mal in die Waffe. Gibt es da... Geheimnisse? Was ist das hier? Äh, okay. Kann ich... Da passiert nichts. Okay. Checkpoint. Lol. Mal einen auf Rambu. Hahaha. Ah, noch mehr? Wo? Oh, das macht mega laute. Hat so ein bisschen Call of Duty-Vibes jetzt. Nice. Da muss doch noch was zum Sammeln geben. Kann ich einfach so schießen? Ja. Hahaha. Ja, ich hab Laune. Ah, gut. Laune. Oh, da komm ich jetzt aber nicht ohne die Waffe rüber. Hab ich's? Ja. So, und jetzt? Willkommen in meiner Hütte. Wir haben's fast. Ihr müsst den Vorplatz säubern. Reingehen und alles töten, was sich bewegt. Oh ja, das mach ich sehr gerne. Geile Waffe. Hehehe. Wow, 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 wow. Wie viel sind denn das? Okay, ich glaub das war's. Also, schauen wir mal, was wir hier so finden. Oh. Und Dach. Hm. Keine Geheimnisse hier. Außer, dass man hier nach oben kann. Wir werden jetzt erstmal hier noch umschauen. Ah, da unten hat's noch. Aber nur wegen den Münzen will ich jetzt da nicht runter. Andererseits, das könnte ein Geheimnis sein. Schauen wir das mal auf der anderen Seite. Ja, das kann ich halt nicht sprinken. Ah, die andere Seite ist zu. Ja, dann machen wir's aber doch. Das ist bestimmt einfacher. So, hat er mit dir. Dankeschön. Ah, da haben wir da Freunde hier. Nein. Nice. Collectibles. Nice. Ich weiß eigentlich ja nicht, aber... Bin ich so ein bisschen besser. Ähm... Oh ja. Einmal hier runter, bitte. Äh, was bist du? Bist ein Bomben-Ding. Sag mir nicht, das ist umsonst, dass ich jetzt hier da... ...hin bin. Oh! Bombe. Ich muss das hier was haben. Also, da geht's dann einfach wieder raus. Nee, das gibt's nicht. Da muss noch was versteckt sein. Oh, fuck. Einmal noch und ich bin tot. Oh. Hey, komm! Na, hier unten? Yes. Da unten. Komm ich da am besten hin. Nice. Okay. Gut. Dann können wir jetzt wieder retour gehen. Beziehungsweise, können wir uns schon wieder eine Fähigkeit kaufen? Schwung-Regeneration. Braucht sechs. Zusicher Schwung. Oh, Mann. Ähm... Ich glaube, ich nehme mir das mal wieder mit. Das macht Spaß. Vor allem mit dem Haus, wenn es dann so richtig abgehen wird. Nein. Sehr gut. Oh, liebe Tierchen. Hausmeister ist da. Oh. Na, komm, Triff. Gibt's doch nicht. Oh, 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 oh. Ich kann das Seine hier am Schleichen. Da, noch mehr? Ja. Da hinten. Hier bin ich die Katze. Komm her. Drei von vier. Shit. Das habe ich garantiert eine RPG irgendwo übersehen. Ähm, Herzchen würde ich gar nicht mal so schlecht finden. Interessante Kunst. Ich glaube, ich hätte hier gerne mal ein Screenshot. So. Ah, ein Screenshot von hier oben. Mal schauen, ob wir die Waffe irgendwie geil hinkriegen. Ja, einmal so. Na, komm. Screenshot. Und einmal so. So. Ah, ist immer voll. Ah, wie jetzt? Warst du das jetzt schon? Oh. Wir haben es geschafft. Ich habe endlich mein Vorhaut zurück. Das feinste pinke Pulver, dass du die, die seitste Meeres finden wirst. Junge, ich habe Bock, diesen Ex-Nir-Chunkis auf Tuchfüllung zu gehen. Jetzt sieh zu und lerne. Ich werde diesen Lappen in Stücke reißen. Du bekommst deinen Anteil, wenn ich fertig bin. Okay. Ja, dann mach mal. Na. Nice. Ja, er hat ein kleines Aggressionsproblem. Aber das hat er ja von Anfang an machen können. Oh, Mann. Die Arbe. Wir sind doch einfach nur Stone. Oh. 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 Das pinke Pulver. Das brauchen wir. Nice. Zulat gesammelt. Pick das Eggwas-Pulver. Nice. Dann brauchen wir immer noch das Tampon. Warum man doch immer das, der den Kugeln braucht. Dann komm ich jetzt hier wieder weg. Ah. Okay. Und hier komm ich wohin? Hier hin. Oh, Entschuldigung. Weil wir hier komplett zugestohnt gewesen sind. Okay. Gut. Dann gehen wir mal kurz zum Schrein. Was ist denn der gewesen? Schrein, 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 schrein. Ach, da ist er. Ähm. Da hinten hat es noch ein Fragezeichen, wo man nicht wissen muss. Was ist. Das schauen wir uns mal noch an. Ähm. E-Pilotzen. Gehen wir mal hier hin. Das müsste irgendwo hier sein. Oder? Fragezeichen? Ja. Irgendwas da unten. Oh, scheiße. Okay. Ich bin jetzt hier oben. Ich bin jetzt hier oben. Hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht, dass ich jetzt hier oben bin. Oh, Bäh. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Warte mal vielleicht mit dem. Nein. Okay. Das hat jetzt nichts gebracht. Ah, da ist wieder dieses blöden, krabben Dinger da. Da brauchen wir Mr. Rambock. Da kann ich helfen. Okay. Die sind im Arsch. Hier hat es ein Fragezeichen. Was ist es? Was ist es? Willkommen in der Kommune. Wir sind bei den Urwohnern der Insel eingezogen. Haben die aber irgendwie länger nicht gesehen. Okay. Nee, da hinten gehe ich mal nicht rein. So ein Herzchen. Ah, da kann man da was aufmachen. Ah, das habe ich mal auch. Schon cool, da gab es noch Münzen. Aber ansonsten... Ich weiß jetzt nicht, was es ist hier. Was? Nein. Kein Strandabteuer. Was könnte das sein? Ich würde auch gerne hier nochmal nach oben. Nein. Also das mit dem nach oben jumpen, das habe ich noch nicht ganz geschnallt, für was das gut sein soll. Ich mache das gar nicht mehr. Hm. Na, egal. Machen wir ja weiter mit der nächsten Zutat. Beziehungsweise... Ich glaube, wir werden mal unseren Englern an das Outfit gehen. Dazu gehen wir mal hier hin. Ah, ich will wieder spriten. Hi, my cards. Äh, nee, Moment, da bist du. Okay, schauen wir mal. Was sieht die denn nicht aus? Das kostet tausend. Okay, warum auch nicht. Und bei uns bin ich mir eigentlich soweit ganz zufrieden. Ja, und so ein Hemd haben wir ja schon. Das andere. Okay. Lass mal schauen, wie du das aussiehst. Na, komm mit Waffen. Geil. Ich meine auf der anderen Seite. Mit dir würde ich eigentlich noch was ausprobieren. Hallo Inselbewohner. Weiter erschienen... Ja, genau. Den Dialog haben wir schon mal. Nettes Gehäuse. So. Danke, das ist mein Lieblingskörperteil. Okay. Naja, hat sich nicht verändert. Da oben hat's ja auch noch was. Hm. Egal. So, was ist es mit dir? Sieht aus, als hätte er in die Schmutzstaffel erwischt. Der arme Kerl konnte nicht entkommen. Wie sie keine Sessionswesen haben, haben ständig Konflikte miteinander. Sollen die mal unter sich ausmachen. Ihr Krieg. Kommt da. Alter, der schießt ja auch noch. Was seid ihr? Kackwürmer? Lebende Kacke? Oh, Mann. Ja, ich glaub, da hinten geht's hin. Das fahr mal mit dir mal. Bringt das was, dass ich hier bin? Das ist einfach meine große Hand. Einfach so. Da hinten. Und da hinten. Na, komm. Yes. Wicke, Katze. Okay. Ein riesen Fisch. Scheiße, ihr müsst da hinten hin. Was glaubst du eben, gibt's heute wieder gut? Ne, glaub ich nicht. Wie kommen wir da? Wir müssen da vorne nochmal hin. Oder können wir hier jumpen? Ne, ne? Und raufklettern wirst du ja hier vermutlich auch nicht. Klar. Okay. Dann fahr' wir mit dem Teil nochmal rauf. Uah. Holy shit. Der ist da hinten, würde ich haben. Ach, du wärst jetzt so von da gesprungen. Okay. Ja, 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 ja. Nice. Huh. Oh, wir könnten hier einfach seitlich rein, ne? Vielleicht sollten wir im Schatten bleiben. Äh, ne. Ah, wir gehen in den Haupteingang. Jetzt bin ich auf einmal richtig gut hier drin. Na, yes. Zu leid. Nein. Oh, scheiße, nein. Ich bin im Wasser. Ah, 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 ah. Ganz schlecht, ganz schlecht. Piranha. Okay. Sind gar nicht in der Nähe. Was? Nein. Attacke. Beben der Kacke. So eklig. Geh' mir da wirklich rein. Ja. Okay, für was brauch' ich die Explosions... Blumen da schon wieder. Hallo. Hat sogar zwei. Ah, fuck. Iiii. Sie sind doch Kacke antrieben. Oh, das muss Nürzen haben, dass ich hier oben bin. Nein, 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 nein. Ja, hier oben. Nice. Äh. Was ist das? Ah, das ist schon die Zutat. Okay, geil. Sashimi bucht. Verdammt, das ist ja grau. Frisches Ei, frisches Ei. Ah, das war aber nur ein Teil davon. Ei geht da an, hofft sie. Gut gemacht. Du hast genug Zutaten gesammelt, um eine neue Welt freizuschalten. Äh, wir turnieren ein bisschen weiter. Ähm... Da hinten ist das nächste. Moin. Moin. Das Tier brauchen wir die nächste Bombenpflanze. Moin, moin. Komm, schlag zu mal. Nicht quatschen, zuschlagen. So, Bombenpflanze, Bombenpflanze. Da hinten. Und dann gehen wir da mal rein. Ja, also... Die Entwickler, glaube ich, hatten hier sehr viel Spaß bei der Entwicklung. Okay. Nice. Sieben. Mal noch irgendwas offensichtliches hier. Moin. Ja, winke Katze. Nice. Ja, ich glaube, das war's jetzt erst mal. Was hoffen Sie? Sehen wir Wale? Ja, wir haben einen gesehen. Wir waren sogar nicht einen drin. Oh, verrücktes Ding, du. Kanalisation. Oh. Ist du etwa kacke. Okay. Ja, dann. Okay, okay. Alles klar. Äh, Mann. Oh, was haben wir hier? Erstmal schau mal hier mal das Foto für ihn. Wir sollen ihn nicht füttern. Okay. Ein kleiner Mann, aber er ist rot, nicht braun. Was für die Indikation, wo die Mampfer früher wohnten. Ist er ein Freund? Er spielt keine Rolle. Wir haben unser Zuhause verloren. Werden in Käfige gesteckt. Die Matschlinge, sie führen Krieg gegen uns. Sie haben uns sogar unsere Insignie abgenommen. Den Tampon von Dulcora. Mampf wurde der ersten Zeitalters. Befolgt diesen Rat. Mit Matschlingen kann man keinen Frieden haben. Sie werden euch jagen. Sie stecken euch im Käfig. Ah, ja. Okay. Aber da haben wir schon mal das Tampon, das wir brauchen. Irgendwo hier. Äh? War das gerade ein Club, hier ist der? Oh. Wow. Ja. Ich möchte ja ganz schnell wieder raus. Aber ich glaube, der Kleine, der da jetzt geflogen ist, der wird uns noch nerven. Save point. Ich glaube, das soll wie so ein Nazi sein. Weil sie reden ja auch deutsch. Was bringt mir das? Nein. Oh, geil. Boah, ist auch schon tot hier. Okay. So. Moin. So, ecklige Viecher. Na du, was hast du dazu sagen? Ja, red mir dich. Ich lebe. Ich werde nicht in den Käfig gesteckt. Viele Mampfer sind in den Käfigen gefangen. Hälfte in den Mampfbosch wird große Belohnung geben. Ja, ich versuch's. Äh. Für irgendwas braucht man immer eine Bombe. Ah. Ich seh's schon für was. Ne Miete, Katze. Hallo. Oh, so süß. Nein. Bleib da. Oh, Gott sei Dank. Hm. Lohnt es sich da hinten weiter? Ja, ja. Das wird sich lohnen. Ähm. Wie komm ich da? Er war still. John. Yes. Nice. Aber wie komm ich jetzt da drauf? Nice. Sehr gut. Zehn. Also, schauen wir mal wegen die Upgrades. Ähm. Oh, Wand klettern? Abran. Halt die Steigen in der Luft gedrückt, bis du wieder auf den Boden berührst. Um abzubauen, damit kannst du Höhe springen. Und das war Schung... Ah, ich glaub ich mach's mit der Schwung. Die Regeneration. Können wir jetzt grad mal ausprobieren. Ah ja, okay. Da muss aber der Sprung viel, viel länger sein. Aber eventuell wird es nochmal nützlich, dass wir den Sprung regenerieren können. Oh, das hält mich nicht auf. Okay. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie krieg ich denn die Luftdinger jetzt kaputt? Nein. Nein. Kannst du das nicht in der Luft machen? Ah, doch. Das macht's noch nicht immer. Okay. Bombe. Einmal da rein, bitte. Wenigstens gibt's hier gut was zum Sammeln. Das ist aber nicht aktiv. Oh, und da oben. Ah, ich kann ihn da befreien. Sehr gut. Bombe. Bombe. Miete, Tate. Nice. Ich hab ja viel Zeit in diesem Käfig verbracht. Jetzt fang mir ich Zeit in Freiheit. Ja, hoffentlich. Und wir müssen sowieso noch da oben. Also, schauen wir zuerst mal. Wie krieg ich denn das da aktiviert? Und hier oben. Da bin ich auch noch hin. Komm, geh mal da rauf. Nein, nein, nein. Oh. Nein. Komm. Oh, Mann. Ja, komm, 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 komm. Nice. Nein, 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 nein. Oh. Komm, das muss möglich sein. Ja, ich seh nichts mehr. Ja, das ist ein Schaf. Nein. Nein. Oh, Mann. Ich glaub, das ist der falsche Weg, aber trotzdem, ich will da... Nein. Ein letztes Mal. Okay. Bin zu doof. Und das Teil geht irgendwie nicht nach oben. Also, gehen wir weiter rein. Ah, da ist noch einer gefangen. Oh. Hi, Collagen. Boah, er ist halt aber auch keine Gegner. Nur er da mit der Kanone. Er ist fies. Na ja, zwei. Ich bin frei. Kein Käfig mehr. Ja. Mir dreht sich da mal um. Ja, das willst du mir auch. Bin ich da, glaub ich, in echt mehr. Verwendest meine Qualen. Fress mich von Schmerz und Hunger. Hm. Also, hier geht's schon mal nach oben. Hat auch richtig die Bombe hier oben. Ne, aber hier hat's den Schalter... Ah, und dann... Aber warum würde ich das andere aktivieren? Komm. So doof. Sehr gut. Perfekt. Ja, jetzt komme ich natürlich viel leichter darüber. Was? Ah, ne. Okay, ich dachte, da wäre wieder was zum Sammeln. Hä? Geh raus da. Ja, komm. Nein. Habuha, was machst du? Äh, Mann. Einfachsten Sachen. So, jetzt bitte nochmal. Okay. Jetzt muss ich's nur noch dort rüber schaffen. Checkt man Hammer ja schon mal. Nice. Ja, warum muss das überhaupt oben sein? Weil... Weil deswegen... Aber ich hab das jetzt noch... Okay. Na gut. Ja, ich schau grad auf meine Uhr. Wir sind eh schon wieder auf der Überzeit. Aber ich hab eh auch gesagt, es soll wohl ein bisschen länger sein. Er war mir selber wieder eingesperrt. Ach so, naja, womit der ist ja überhaupt nicht rausgegangen. Na, ich super Held. Also, liebe Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Wenn's euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Oder sogar ein Abo. Wer weiß. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschöklö. Tschöklö. Tschöklö.